Hallo meine Lieben! Heute wieder ein kleiner DM-Haul von mir. Und zwar bin ich zu DM, weil ich von der Essence Soul Sister LA den Pinsel gesucht habe. Und zwar habt ihr vielleicht schon von diesem Kabuki-Pinsel gehört. Der ist ja doch sehr gehypt in YouTube und auf allen Beauty-Blogs. Und ich hatte ihn mir erst nicht gekauft, weil ich dachte, brauchst du ihn oder brauchst du ihn nicht. Und habe ihn aber gesehen dort und fand ihn eigentlich schon ganz cool. Ich hatte ihn angefühlt bei dem Tester und dachte, das ist schon ganz cool. Habe ihn mir aber irgendwie nicht gekauft, wo ich das erste Mal mir die Soul Sister LA angeguckt hatte und die Sachen für die Verlosung damals gekauft hatte. Und habe jetzt aber auch über das Wochenende so viele Beauty-Blogs gelesen. Und wie alle von diesem Pinsel schwärmen, war ja, oder ist unglaublich, ja. Wie toll er ist, wie, ja, wie günstig er ja auch ist vom Preis-Leistungs-Verhältnis her. Und, ja, wie perfekt er eigentlich ist. Wie toll gebunden und wie weich und wie, ja, alles Mögliche drumherum. Und ich habe ihn überall gesehen. Und alle sagen, dass er auch schon fast überall ausverkauft ist. Und dann habe ich mir gedacht, toll, hast du ihn letzte Woche noch gesehen und hast ihn dir nicht mitgenommen. Und jetzt willst du ihn haben. Toll. Aber ich bin ja froh, dass der DM, der bei uns hier ist, bei dem ich hier wohne, hat immer sehr lange DLEs. Und es ist nicht immer sofort alles ausverkauft, so wie jetzt in der Innenstadt oder so bei uns. Das finde ich ganz gut. Und dann bin ich gleich hin und es waren noch drei da. Ja, da war ich dann natürlich glücklich gewesen. Und ich habe mir dann gleich zwei mitgenommen. Und ich dachte, ich habe dann eben halt noch ein Backup oder wenn ich den einen wasche oder wie auch immer. Ich wollte halt irgendwie zwei mitnehmen. Und habe jetzt aber sogar schon beide im Gebrauch und gar nicht mal aufgehoben oder so. Aber ich zeige ihn Ihnen zuerst euch mal. Und zwar sieht der so aus in der Verpackung. Ist so eine kleine Plastikröhre, kleine Plastikverpackung. Hier unten steht nochmal drauf, Puderpinsel für dein Lieblingsbronzer Puder von Essence. Genau. Seventy Hairstyle. Und ich packe ihn mal kurz aus. Ich habe jetzt die eine Verpackung noch aufgehoben. Ich habe ihn natürlich jetzt schon benutzt. Aber das sieht man jetzt ja nicht oder ist ja auch egal. Und zwar sieht er so aus. Hier steht das Essence Soul Sister drauf. Und er ist ganz kurz, so wie ein Kabuki halt und kurz gebunden. Er ist schon recht klein, wie ihr vielleicht seht, so zu meiner Handfläche. Und ist hier unten pink und oben schwarz. Und er ist einfach super. Er ist... Es sind so viele Haare. Er ist so toll gebunden. Und er ist so, so zart und so weich. Ist wirklich ein super, super Pinsel. Also, ich weiß nicht. Ich meine, ihr könnt das ja jetzt nicht sehen, wie weich er ist. Aber wenn ich auch da reingehe, seht ihr das? Oh, der ist so weich. Und das fühlt sich auf der Haut so toll an. Und ja... Und davon habe ich natürlich zwei. Natürlich nicht, um sie gleichzeitig zu verwenden, aber ist toll. Wirklich toll. Ich liebe sie. Gekostet hat einer 3,95 Euro, was wirklich, wirklich günstig ist. Und ich habe das jetzt so gemacht. Ich habe den einen jetzt gestern und ich habe es heute jetzt auch gemacht. Also, ich habe ihn jetzt gestern gekauft. Gestern und auch heute. Den einen für das Puder benutzt und den anderen für Bronzer. Und so habe ich eben, ja, die zwei Puder. Das eine für das, das andere für das. Und genau. Finde ich ganz toll. Also, ich benutze es einfach beide. Ich habe jetzt kein Backup. Falls mir jetzt in den nächsten paar Tagen im DM-Markt noch einer über den Weg läuft, werde ich noch einen mitnehmen als richtiges Backup. Aber so habe ich jetzt die beiden. Und den einen benutze ich, wie gesagt, für das Abpudern. Und das kann man so schön abpudern mit. Und den anderen benutze ich für Bronzer eben hier und hier hoch. Weil er ist wirklich klein. Ihr seht ja, damit kann man gut auch den Bronzer auftragen. Also ich zumindest. Hat ganz gut geklappt. Und man kann es auch super verblenden. Das ist auf jeden Fall eine Kaufempfehlung. Wenn ihr einen Kabuki suchen solltet, einen Kabuki wollt. Ja, falls ihr ihn überhaupt noch findet. Weil ich glaube, er ist ziemlich ausverkauft. Aber falls ihr ihn findet, falls ihr einen wollt, ist das eine Kaufempfehlung für 3,95. Dann kommen wir jetzt mal zu Puder. Und zwar habe ich ein neues Puder gekauft. Das habe ich auch in YouTube jetzt bei einigen schon mal gesehen. Und dachte, ich kaufe es mir einfach mal. Und zwar ist es von Manhattan, von dieser Clear Face Linie. Die steht ja nicht bei dem Make-up. Sondern bei mir stand sie jetzt im Regal von den Abschminksachen und Gesichtscremes und Lotions und Gesichtswasser und so weiter. Da wo dieses Regal ist, unten war dann dieser kleine Ständer von Clear Face. Da gibt es Puder und auch Puder Make-ups und so weiter. Und das habe ich mir jetzt geholt als Kompaktpuder. So sieht das aus. Ich habe die Farbe, was ist das, 75 Beige. Habe ich mir geholt. Und das ist mit Zinkoxid mattiert und deckt Unreinheiten lang anhaltend ab. Ohne die Poren zu verstopfen. Und das Hautbild wirkt sichtbar, verfeinert und ebenmäßig, je nach Bedarf auf glänzende und unreine Hautpartien auftragen. Und da ist auch so ein kleines Schwämmchen dabei. Und damit geht es auch super. Man kann auch gut damit einfach so ein bisschen abtupfen. Das geht auch gut. Ich habe es aber jetzt auch mit dem Kabuki aufgetragen. So sieht die Farbe aus. Und ja, ist eine schöne Farbe, finde ich, für mich. Das ist ganz gut. Ja, sieht man natürlich nicht so viel, klar. Ist noch ein Ticken vielleicht zu dunkel, aber ist jetzt für den Frühling oder den Sommer nicht so schlimm. Außerdem trage ich sowieso ja auch Bronzer nochmal drüber. Und bisher, ich habe es jetzt nur zweimal benutzt, finde ich es eigentlich ganz gut. Und das soll ja auch, ja, es ist ja auch gut, also gegen Hautunreinheiten. Wie gesagt, normales Puder benutze ich zwar auch gerne, aber bei normalen Puder kann es ja vorkommen, dass es die Poren verstopft. Oder dass man vielleicht sogar eine Allergie von bekommt, weil die Haut irgendwie drauf reagiert. Ich persönlich habe das Problem mit Puder nicht. Ich habe da wohl eine sehr, ja, dankbare Haut, sage ich mal. Der macht es nichts aus, wenn ich mir da tonnenweise Puder drauf klatsche oder so. Ich bekomme da keine Hautunreinheiten davon. Aber es haben ja doch sehr viele Leute oder sehr viele Mädels oder Frauen haben dann Probleme damit, dass die Poren verstopft werden oder Hautunreinheiten auftreten. Und dieses Puder ist ja eben speziell aus der Clearface-Reihe. Es verstopft die Poren nicht und es beugt Hautunreinheiten vor. Von daher kann ich das nur empfehlen, wenn ihr vielleicht eine sensiblere Haut habt und viele Pickel und Unreinheiten und, ja, ihr da vielleicht mal was sucht oder so, würde ich euch das mal empfehlen auszuprobieren. Auf jeden Fall. Vielleicht hilft es ja. Also, wie gesagt, ich kann jetzt natürlich nicht sagen, wie es gegen Hautunreinheiten wirkt. Aber es beugt zumindest dann vor und es verstopft euch nicht so die Poren, wenn ihr damit Probleme haben solltet. Das hat gekostet, lasst mich kurz schauen, 3,65 hat das gekostet und finde ich auch in Ordnung vom Preis her. Dann machen wir weiter mit, ja, machen wir weiter mit der dekorativen Kosmetik erstmal. Ich bin ja am Catrice-Ständer jetzt da nicht vorbeigekommen. Seitdem es den jetzt gibt in DM, muss ich da jetzt jedes Mal stehen bleiben, weil ich Catrice echt mag. Und dann hatten sie auch noch die neue LE, die Revoltaire LE, die ich ja super süß aufgemacht finde. Ganz tolles Design, wie ich finde. Habe aber nur ein Produkt gefunden, was mir gefallen hat, beziehungsweise was ich im Vornherein schon interessant fand von Blogs her. Ja, und zwar ist das das Powder Blush. Das sieht so aus. Dieses Logo, diese Verpackung von Revoltaire, heißt die LE, finde ich echt süß. Und das ist die Farbe Color Bomb. Und das ist ein Rouge mit außergewöhnlichem Farbverlauf für ein strahlendes Finish. Und zwar ist das so ein Ombre-Muster, also sprich, es geht von hell nach dunkel. Finde ich ganz cool. Oben ist eher so ein Peach-Ton und unten ein Pink, auch mit Schimmer. Das Problem ist, vielleicht seht ihr schon diese kleinen Glanzstellen da drauf. Seht ihr das? Und zwar habe ich ein Problem damit. Der Tester war super zum Swatchen. Ich habe ja einen Swatch gemacht und habe das gesehen. Das war ein schönes rosa mit Schimmer. Und dann habe ich das gekauft, wollte es zu Hause probieren auf den Wangen. Und da ist nichts abgegangen vom Pinsel und ich habe auf meiner Haut nichts gesehen. Und ich habe versucht zu swatchen und es ist nichts passiert. Und ich habe auch ein bisschen gegoogelt und ich habe sogar etwas darüber gefunden. Und zwar auf einem Blog habe ich gesehen, dass die Bloggerin das gleiche Problem hatte, dass sie drauf rumrubbelt quasi mit dem Finger und keine Farbabgabe möglich war. Sie hat nichts abbekommen an Farbe. Mit einem fluffigeren Pinsel ging es gerade so, aber mit dem Finger überhaupt nicht. Und bei ihr sah das Pfändchen, also beziehungsweise das Rouge, dann genauso aus, weil sie so feste gerubbelt hat. Ich weiß nicht, es ist ja oft so bei, oder ich hatte schon mal welche und weiß das auch, dass das alles mal vorkommen kann, dass die Tester dann Farbe abgeben, weil sie auch schon öfter benutzt worden sind. Und dass ein neues Produkt gerade die erste Schicht oder so erstmal ein bisschen weniger Farbe abgibt, bis man so ein bisschen drunter kommt, sage ich mal. Aber das sollte ja eigentlich nicht sein. Und ich habe auch dann bei den Kommentaren, weil sie ja gefragt hat, ob es jedem so geht, habe ich bei vielen gelesen, dass es nicht so ist. Weil sie hat auch gesagt, oh mein Gott, hat sie jetzt ein Montagsprodukt oder so, wie man das so schön sagt, einen kleinen Produktionsfehler oder so. Es gab einige, bei denen es auch so war und es gab andere, bei denen sie gesagt haben, oh Gott, da geht so viel weg, da muss ich sogar aufpassen, nicht zu viel zu nehmen. Aber das ist bei mir auf keinen Fall der Fall. Von daher weiß ich nicht, ob ich euch das empfehlen soll, weil ich meine, von der Farbe her ist er richtig schön. Ich bin eigentlich zufrieden, aber ich versuche es euch zu swatchen. Und ich habe jetzt heute Morgen richtig gerubbelt. Ich habe auch mal mit einem Taschentuch drüber gerubbelt. So, jetzt kommt ein bisschen mehr. Es geht. Mit einem Taschentuch ein bisschen drüber gerubbelt, weil ich dachte, vielleicht mache ich mal so ein bisschen die erste Schicht weg. Und ja, also man kann schon ein bisschen was sehen jetzt. Es ist nicht so, dass man nichts sieht. Es ist auch ein Tick besser geworden, wie es gestern war. Und zwar, ja, seht ihr ja, das ist so ein Peach Rosa mit leichtem Schimmer. Ist nicht so viel zu erkennen. Es ist also schon, aber es ist kein sehr auffälliges Rouge. Aber ich glaube, das ist es prinzipiell nicht. Also da ist, glaube ich, nicht so viel zu erwarten. Es ist schon eher ein dezentes Rouge. Und ich bin aber jetzt damit schon zufrieden. Und ich habe ihn auch aufgetragen, einfach heute so ein bisschen auf die Bäckchen hier vorne drauf. Ich habe aber auch noch den High Beam als Highlighter hier oben drauf. Und dann einfach hier vorne ein bisschen drauf getupft. Ich wollte heute auch nicht so einen starken, weil ich einen neuen Bronzer habe, den ich euch auch zeige. Und dann habe ich das High Beam zum Highlighten. Und dann wollte ich nur so ein zartes Rosa hier über die Bäckchen legen. Und bin jetzt so prinzipiell eigentlich schon zufrieden. Aber am Anfang habe ich auch erst irgendwie gedacht, hm, was ist da los? Vielleicht, er ist einfach unheimlich fest gepresst. Wahrscheinlich liegt es da dran. Jetzt, wo ich vielleicht öfter mit Pinseln und Fingern drin war, funktioniert die Farbabgabe auch besser. Aber ich glaube, er ist einfach nur zu hart gepresst. Der hat gekostet, Catrice, 3,95 Euro. Aber an und für sich finde ich, ist eine super schöne Aufmachung von der LA und auch ein super schönes Rouge. Von Catrice habe ich mir, wie gesagt, noch einen Bronzer geholt. Ich habe ja einige Bronzer. Ich habe mir ja auch gerade letztens, habe ich euch ja auch im Haul einen gezeigt. Aber die sind mir irgendwie alle zu hell. Ich habe ja auch immer für helle Typen oder für blonde geholt, weil ich ja doch sehr blass bin. Aber man sieht es auf meiner Haut irgendwie trotzdem nicht, weil er so hell ist. Und ich möchte ja schon einen Bronzer, den man auch ein bisschen sieht, wenn ich konturiere oder wenn ich ihn auftrage. Und jetzt habe ich mir einen geholt für darker Skin. Bin ich zwar eigentlich nicht, aber ich wollte, wie gesagt, einen, der ein bisschen dunkler ist. Und zwar habe ich mir hier von Catrice, Sun Glow heißt der, Matt Bronze Powder, in Dark Skin geholt. Das ist hier die 02 Deep Bronze. Und ist auch super cool. Hier innen drin ist es eingestanzt. Das Sun Glow finde ich ganz cool. Und die Farbe, mit der bin ich bisher auch zufrieden. Es ist Matt, was ich gut finde. Und so eine Farbe. Ist jetzt natürlich stark geswatcht auf jeden Fall. Und ja, also lässt sich gut verblenden, gut verteilen. Und dann, ja, riecht auch nicht so stark. Ich habe schon von Essence als Magalty gehabt, die haben so stark nach Kokos gebrochen. Irgendwie das mag ich ja dann irgendwie gar nicht. Und der riecht eigentlich noch gar nichts nach normaler Puder. Und den finde ich ganz schön. Der ist mir jetzt auch nicht zu dunkel. Ich benutze ihn natürlich sehr, sehr dezent. Und blende ihn sehr gut aus. Aber ich bin damit zufriedener, wie den, den ich habe. Oder die anderen, die ich habe, die ich immer für hellere Töne geholt habe. Bin ich sehr zufrieden damit. Kann ich nur empfehlen. Der hat auch gekostet. Dann wollte ich einen Creme Lidschatten. Diese Long Lasting Eyeshadows, die Made to Stay, habe ich mir jetzt auch einen geholt. Wollte ich unbedingt haben. Ich teste ja so, ja, diese von Maybelline, die Tattoo, die 24 Stunden. Die finde ich ja auch wirklich ganz gut. Kosten ja aber knapp 8 Euro. Und dachte, ich probiere mal die von Catrice aus. Die haben ja auch, ich glaube, 6 Farben. Ja, 6 Farben, auch von hell bis grau, bis schwarz, bis, ich glaube, auch so bläulich, bis kakigrün. Und ja, 6 Farben. Kosten, lasst mich schauen, 3,45. Was ja deutlich weniger ist, wie der von die Tattoo von Maybelline Yade. Und ich habe mir geholt die Farbe 040, Lord of the Blinks. Sieht so aus. Und ich bin jetzt schon ein paar Mal mit dem Pinsel drin gewesen. Also wundert euch nicht, dass das so aussieht. Weil mit langen Fingernägel geht das nicht so gut, die mit dem Finger aufzutragen. Deswegen trage ich alle Creme-Lidschatten mit einem Pinsel auf. Und das ist ein sehr, sehr schönes Champagner-Beige-Gold-Ton, so ungefähr würde ich es beschreiben. Ist aber etwas heller. Ich wollte etwas Helleres haben und nicht so etwas Dunkles. Moment, ich mache euch hier mal ein Swatch, dass ihr die Farbe erkennen könnt. So sieht das aus. Finde ich ganz toll. Hat einen ganz tollen Schimmer. Ist schön hell, wie gesagt. So ein Champagner-Ton, würde ich sagen. Mit tollem Schimmer. Lässt sich sehr gut verblenden. Hält sehr, sehr lange. Ich habe es gestern wirklich, ungelogen bestimmt, 10-12 Stunden auf den Augen gehabt. Und hält super. Aber mir ist nichts in die Lidfalte gerutscht oder hat sich da zusammengebröckelt oder sonst irgendwie was. Ich habe es heute auch drauf. Ich kann euch mal ranholen. Ich habe zwar jetzt... Gestern hatte ich ihn solo drauf. Ohne irgendwas. Einfach nur das und ein Eyeliner-Strich. Heute habe ich mir aber noch so einen Kaki-Grün in die Lidfalte rein. Aber ihr seht die Farbe bestimmt trotzdem. Vielleicht könnt ihr es trotzdem erkennen. Hier innen zum Beispiel. Also in der Lidfalte, wie gesagt, habe ich noch so einen Kaki-Grün. Und... Aber man kann es trotzdem erkennen. Hier unten habe ich es auch. Ja, also wenn ich es mal wieder solo drauf habe, dann zeige ich euch es. Oder ich mache ein Video oder so. Ein Tutorial auf jeden Fall. Werdet ihr das nochmal sehen in meinen Videos. Finde ich ganz, ganz toll. Und werde mir bestimmt auch nochmal eine andere Farbe holen. Vielleicht ein dunkleres in Grau vielleicht oder so. Dann habe ich mir noch einen Lippenstift geholt von Catrice. Und zwar so einen. Das sind diese Ultimate Shine. Die sind ja Silber. Bisher habe ich ja nur die schwarzen. Die heißen nur Ultimate ohne Shine. Also die sind dann ohne Glitzer. Die sind dann matt. Und die Ultimate Shine, die haben so einen silbernen Schimmer mit drin. Und zwar habe ich die Farbe 160. Pink Panther. Und der sieht folgendermaßen aus. So. Finde ich ganz toll. Ist eine schöne Frühlingsfarbe. Ist hell, dezent. Ein schönes Rosa mit silbernem Schimmer. Ich swatch es euch. Ich habe ihn auch drauf. Seht ihr bestimmt. Ein schönes helles Rosa mit silberigem Schimmer. Das sind so richtige Glitzer. Seht ihr es? Richtige Glitzerpartikel drin. Und ja. Finde ich nicht schlecht. Also. Können wir sehen? Ich finde ihn ganz schön. Er ist halt etwas dezenter. Und eine schöne Frühlingsfarbe. Und der hat gekostet. 3,45 kostet. So ein Lippenstift. Das war es von Catrice. Und auch von der dekorativen Kosmetik. Dann habe ich noch zwei Sachen gekauft. Und zwar habe ich ja von Balea. Was ich auch verlost habe. Von Mango Vanille. Das Duschsobé. Und habe mir aber jetzt noch Buddy Smoothie gekauft. Diesen Pumpspender. Das ist die gleiche Duftrichtung halt. Fruchtig, frisch. Mango Vanille. Und das ist halt ein Smooth. Und ja. Soll gut für die Haut sein. Erfrischt die Sinne. Jetzt wird es fruchtig. Die luftig leichte Gel-Textur mit Cooling-Effekt. Spendet der Haut eine extra Portion Frische und Feuchtigkeit. Und ich zeige es euch mal. Das sieht so aus. So leicht, leicht Peachfarben. Und ja. Etwas gelig. Seht ihr ja auch. Und zieht aber schnell ein. Kühlt etwas. Was ich mir ganz gut vorstellen kann. Wenn es ein bisschen wärmer ist. Es hat wirklich so einen leichten Cooling-Effekt. Und riecht sehr gut. Muss ich sagen. Sehr fruchtig. Sehr fruchtig. So nach Mango. Dieses Vanille riecht ich hier genauso wenig eigentlich raus wie beim Dusch-Sorbet. Was ich aber nicht schlimm finde. Weil ich mag sowieso eher dann die fruchtigen Sachen wie diese Vanilledüfte. Finde ich wirklich gut. Das hat gekostet 1,95. Und ich habe mir noch einen Nagellackentferner geholt von Essence. Der hat 75 Cent gekostet, weil meine leer war. Und zwar habe ich mir so einen geholt. Acetonfrei. Feuchtigkeits-Spendend. Und es hat eine Duftrichtung. Ich habe es noch nicht probiert. Ich weiß nicht, wie es riecht. Coconut Papaya. Ich weiß nicht. Ich habe jetzt so auch noch nicht gerochen. Ich meine, ich rieche normal nicht an Nagellackentferner. Okay. Riecht auf den ersten Moment hin schon nach Kokosnuss. Also ich bin gespannt. Das riecht schon stark nach Kokos. Es gibt auch noch einen roten. Der hat dann die Duftrichtung Erdbeer-Vanille. Da war ich mir aber nicht so sicher, ob mir das zu unangenehm ist vom Duft her. Weil, wie gesagt, mit Vanilledüften bin ich da immer so ein bisschen eigen. Und ja, der hat 75 Cent gekostet. Ich probiere ihn einfach mal aus, wie er ist. Bei Nagellackentfernern habe ich jetzt auch nicht immer so was Festes. Da teste ich mich einfach immer mal durch. Und ich werde euch berichten, wie ich ihn finde. Und ja, das waren die paar Sachen, die ich gekauft habe. Obwohl ich eigentlich nur diesen Kabuki gesucht habe. Aber ihr wisst ja, wie das ist. Geht auf die Suche. Wirklich, 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 Leute. Geht mal gucken in eurem DM, ob ihr die LE noch habt und diesen Kabuki. Er ist so toll. Er ist so toll. Er ist so toll. Ja. Ich finde ihn toll. Habe ich das schon gesagt? Ich glaube, das habe ich schon mal gesagt, oder? Hatte ich bereits erwähnt. Sorry. Meine Euphorie merkt man. Ja, dann war es das auch für heute, meine Lieben. Ich wünsche euch noch einen super schönen Tag. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zugucken. Dankeschön, dass ihr dabei gewesen seid. Bis zum nächsten Video. Ciao. Bis zum nächsten Video. Untertitelung des ZDF, 2020